zum Monat hier ist ein Mr. Kanschen und mein Modus Koppel hier hat man gerade hier ein ein Welt mit einem Game Master es ist das erste Mal sich mit dem Game Master hier in Weltmann sagt wenn du fertig bist Jo man es und ja das ist interessant jetzt gerade mal gucken wie leichter wird wenn man hier mit dem was hier zusammen gemacht er läuft ja mich hin mit seinen hinten rum hier hier ist er die heißt Turan Touraine und ich hätte ihn noch immer nicht er wird verhalten schon so wo ist der jetzt der Game Master Wurste 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 seh ich ihn gerade überhaupt nicht der ist bestimmt irgendwo da da weiß ich genau da ist er hier das ist dieser Touraine der die alles hat gesehen hat kein master game master hat game master familien los einfach durch und ja alle schon einmal direkt eine frage an euch solche an die g flügeln kann tun also dämonen flügel oder feuerflügel einen eisflügel oder so also könnte halt wir schreiben was kann was am geilsten aussieht oder solich ja einfach so lassen hat plus 13whr blackout ich schätze in der hrn nicht und ja ich glaube einfach hier mal ein bisschen vorbei okay ich bin ich bin ich bin ich muss porten jetzt muss ich sogar porten mann ja wo sind die alle fertig kapitel werde ich gar nicht mehr so ich habe jetzt kapitel musik wie hiebeln und so irgendeine scheiße hier fast ein bisschen chat wie sanft lieber mehr leben soll jetzt greifen die stellen hier irgendwelche fragen an den gamemaster ich war sogar heute beim zahnarzt und dann so als boss kommt irgendwie so ja so mega boss hat von akt 4 hat der wohnung mit 20 Wachen der HP oder so ich weiß ob man sowas einstellen kann aber wäre echt krass beträgt das kann dir keiner sagen etwas zu lang ach so aus so jetzt muss man jetzt sein ob es nicht mehr köln und jetzt das ist dies ist tot ich weiß nicht wohin ich weiß echt nicht wohin ich habe gerade Blackout ja ich will kein Blackout doch einfach hier durch dass sie so viel Damage machen mit der Hammer 38 Licht ja okay kein wunder ich glaube ich sollte es überlassen so eine arena die früher gab es normal magie macht mehrfach ist überhaupt drin ja da ein zweiter game master ist grano hier genau hier macht bestimmt hier mit damit dass wir hier zusammen so wenn man ein bisschen weiter aber ich verstehe nicht wieso die leute ich nicht gleich hebeln anstatt hier ja gleich hebeln wieso sie später hebeln das verstehe ich aber gar nicht ja ich kann mir einer von euch ist mir erklären wieso man immer später in die bild anstatt man ist einfach gleich hebeln spart ein bisschen zeit der welt dauert echt lange aber ich glaube wir sind schon fast fertig der welt ist noch ein bisschen abgelaufen der welt ist ein bisschen abgelaufen fast ein karpfen geklaut macht mal ein cooles lied gewandt so jetzt gleich rein 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 so was sie was den potter glänzen mal eigentlich ich weiß nur dass man irgendwas hier kill muss diese dinge hier weiter weiß ich nicht es ist jetzt mal so eine damage 43 k ja auf einmal okay er macht einfach zu 43 k ich will es mal sehen wenn er hier haut scheiße hat sie gesehen er macht nur drei hits post ist tot ähm ja das war echt er machte nur 34 hits und ding war weg und ja das war es jetzt auch und komm alle plis winken komm komm macht's nach und ja das war's dann jetzt auch und bis zum nächsten mal ciao Bis zum nächsten Mal.